Willkommen zurück bei Dog Park und deinem boomenden Geschäft als Hundebegleitung. Neue Tricks bringt dir noch mehr Hunde, darunter auch Findelhunde. Und du hast jetzt sogar einen Hundetrainer eingestellt. Mit seiner Hilfe können alle Welpen in deinem Hundehotel aufregende Fähigkeiten entwickeln. Und auch alte Hunde können noch neue Tricks lernen. Du kannst jede Hilfe gebrauchen, denn im Park gibt es noch mehr Orte zu entdecken. Jetzt mit bis zu 5 Personen. Dazu kommen noch Mischlingswelpen, die dich mit neuen Fähigkeiten und Effekten auf Trab halten. Neue Tricks enthält 60 Mischlingshunde, bedruckte Trainerfiguren aus Holz, hochwertige Komponenten mit Leinendruck und vieles mehr. Dog Park – Neue Tricks Jetzt in der Spieleschmiede Bin auf Schlecht Jetzt in der Spielgeschmiede Nach dem Spielschmieden Die Spielgeschmiede Wir müssen im Wir müssen uns über die Schlecht wir Se pastelnot in der Spielschmeich in der Spielschmeich nos